das war nämlich so gar nicht Munition Munition ich will Munition es ist laut einfach mal wegtreten so ein bisschen oh oh jetzt bin ich aber kurz vorm Verrecken ja kurz vor vor ja ich mag halt dicker nicht hat der nicht eben noch ne Pistole oh oh ich hab ne Granate geworfen ich Idiot wozu ist die Tür hier da wenn sie nirgendwo hinführt wird komisch naja der hätte die DT geht und ein Lupo ist tot Nein! Ich rette dich! Hallo? Ah! Aber ohne Zunge bitte! Erfolg! Der einzige Grunder Spiegel kauft zu haben! Haha! Spaß! Na komm! Töten Sie einen Licker dessen Zunge ein Team... Okay, alles klar! Das war ja einfach! Ich hab ne andere Waffe! Warum? Na gut! Granate! Kriegst du die Waffe? Und... Waren das alle? Nein, waren es nicht. Okay. Patrick! Wie viel sind denn das noch jetzt? So, Munition hab ich dann auch mal wieder. Nein! 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 Meins! Was? Der legst ja doch noch! Höh! 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 Na scheiß Zunge! Das war's jetzt, oder? Dankeschön! Was ist denn das? Äh. Was ist denn das? Na gut, egal. Ich würde ganz gerne noch mal Munition mitnehmen. Okay. Patience. We're going to Plan B. Delta Team. You're on your own. What is? Plan B. Fuck Plan B. We finish the job and we'll sort it out later. Maybe just a bad transmission, eh? Nee. Speckles! Ich rate mal Plan B heißt so viel wie... Finger des Todes aufnehmen? Ich rate mal Finger des Todes heißt so viel wie, äh... Scheiß auf die, die werden jetzt auch vom, äh, von einer Nemesis umgebracht. Nein, ich wollte die Finger des Todes verhalten. Das wäre jetzt mal so mein, äh, mein Gedanke. Okay. 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 Da hinten ist noch einer, oder? Ja. Ich müsste ihn nur noch treffen. Kann ich mich eigentlich von hier aus fallen lassen? Nee. Hier ist hier so ne Kiste. Ach nee, ne? Ernsthaft? What the fuck? Oh nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Das Ding will ich nicht. Ich frag mich gerade... Ich frag mich gerade, ob ich... Schieß doch um einer? Tatsächlich. Oh fuck. Okay, ich nehm' doch die halt, das halbeautomatische Gewehr erwartet. Es ist 22 Uhr. Scheiße, so lange spie ich das Spiel schon. So. Mhm. Mhm. Ach fuck. Komm schon. So ungefähr? Nee, doch. Komm nochmal hoch. Boah. Ernsthaft? Ha. Oh, jetzt komm schon. Geh sterben. Nein. Oh Gott. Okay. Wird nie wieder angefasst. Okay, äh, was machen wir jetzt? Wir müssen hier hin. Nein. Ah. Oh fuck, ich blute. Ich würd mich ganz gern erst mal irgendwo verstecken. Aber nicht da. N-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n. Oh wow, die Tankstelle jetzt explodiert. Hä, eigentlich wollte ich Dings wieder hochhelfen. Ich hab das Gefühl, wenn man diesen, äh, speziellen Dings macht, dass dann, ähm, automatisch ein grünes Kraut fallen gelassen wird. Kann das sein? Also, kommt jedenfalls so rüber, als wenn das so wär. Ich will das grüne Kraut! Okay, noch ein Probier, noch ein Versuch. Also, also, zack, und dann, hat man erst mal Blut geleckt? Hä? Wahrscheinlich bringen sie so und so viele Menschen um, oder so ne Kacke wahrscheinlich. Töten sie im Blutrausch fünf Gegner innerhalb einer Kampagne Abschnitts- oder einem Meld- okay. Oh, das versteh ich nicht ganz. Oh, der hat keinen Dings fallen gelassen. Na ja, gut. Hä? Wieso? Aber er ist bestimmt ein Zombie geworden, oder? Sein Kopf fehlt. Und sein Arm. Hey, dein Kopf ist wieder da! Wie hat er das gemacht? Hä, was hab ich, wie soll ich jetzt ne Pumpgun? Ich will keine Pumpgun. Ach, warte mal. Machen die jetzt nicht ne Atombombe, oder so? Wie war'n das? Oh, ne, nicht die Viecher. Ich hab' die Viecher gehasst. Vor allem, weil sie das Spiel ein bisschen versaut haben. Das war'n nämlich, ne... Die waren im ersten Teil. Sobald die Viecher auf... auf dem Kopf gekocht sind, war das Spiel irgendwie Kacke. Leider. Ich hab' den Heli abgestürzt. Hä? Bitt du was? Hat er's nicht ausgemacht? Doch, mach' schon noch. Wer nicht Zeit dafür fände. Ich bin ein sehr beliebter Businessman. Äh... Hallo? Ja, Speckbüder. Stirb halt. Interessiert mich nicht, Freund. Aber Beltway, dem helf' ich auch. Oh, Mann. Äh, wo muss ich hin? Irgendeine Gasse. Tschüss. Ähm. Das hat grad'n bisschen gebackt. Okay, die geht nicht kaputt. Okay, die geht nicht kaputt. Der Sound ist grad extrem merkwürdig abgemischt. Manchmal ist er laut, manchmal ist er leise. Manchmal ist er leise. Ähm. 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 Oh Gott. Komm. Wo kommen die denn jetzt her? Habe ich eigentlich irgendwie ein Ziel gerade oder... ist mein Ziel zu überleben? Ähm. In jeden Fall bin ich gleich tot. Ich bin tot. Cool. Jetzt habe ich Richtung Rathaus. Ich habe hier eine völlig andere Waffe. Das Spiel macht echt gar keinen Sinn. Geil. 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 Das bist du schon wieder. Hä? Das ist Druckerpatron. Haben wir hier nicht. Warum sollte hier unten eine Druckerpatrone haben? Ich habe hier unten einen Druckerpatron, wenn ich nicht meinen Drucker hier unten habe. Na, 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 na. Gib mir das. Oh. Das könnte die Sachen ein bisschen einfacher machen. Oh. 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 Muss ich hier lang? Nö. Nähe. Nicht mal annähern. Aber egal, vielleicht kann ich hier hier ein bisschen weniger leben. Das war's für heute. Ich seh grad gar nichts mehr. Fliehen sie in Richtung. Wo muss ich hin? Ich hab grade ungelogen keinen Plan. Ich versuch mal eben Lupo wieder zu beleben ohne dabei drauf zu gehen. Aber jetzt hab ich gar keinen Plan grade. Aber ich hab nur noch sieben Schuss, ja geil.